Herzlich Willkommen beim Friseurteam Müller. An unseren fünf Berliner Standorten sowie in Leidersbach bieten wir Ihnen besten Service rund ums Haar. Als Spezialist für Kolorationen beraten wir Sie individuell und typgerecht zu Ihrem neuen Styling. Unser motiviertes, hochqualifiziertes Team ist langjährig in unserem Hause beschäftigt und nimmt sich viel Zeit für Sie. Für die Pflege und das Styling Ihrer Haare verwenden wir ausschließlich hochwertige Salonprodukte renommierter Markenhersteller. Bei uns erwarten Sie Kreativität, Leidenschaft und bestes Handwerk. Egal ob Trendhaarschnitt oder Frisurenklassiker, in freundlicher Atmosphäre setzen wir Ihre Frisurenwünsche gekonnt in die Tat um. Gerne empfehlen wir Ihnen auch die passende Pflege für zu Hause. Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie!